Es ist erst mal die zweite Woche. Für mein Gefühl ist es schon einen Monat oder eineinhalb. Die Tage sind zu kurz. Wir brauchen 30 Stunden in einem Tag und nicht 24. Aber wie ich schon gesagt habe, meine erste Periode hier fühlen unglaublich wie zu Hause. Der Verein ist so gut organisiert, professionell. Die Spieler, wer am Platz ist, freut mich. Die Arbeit freut mich. Das Kader, was wir zusammen an der Arbeit machen, freut mich. Hoffentlich am Samstag würde ich auch Spaß haben. Meiner Meinung nach haben wir vier sehr gute Torwart. So eine junge Junge mit Luca, der unterwegs ist. Wir haben mit Michi einen Erfahrener wie ein Vater. Da kannst du ihn immer auch verlassen. Und dann haben wir noch zwei gute, die sich jetzt bekämpfen um das Platz im Tor. Zwei Spiele für Torben, zwei Spiele für Justin. Und danach wird es entscheiden, mit wem wir erstmal die Periode weitergehen. Okay.